Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René. Wir befinden uns in Omsitzow auf der Winzenburg 2015 Map und wir befinden uns im Bus der Linie M1 vom Südbahnhof zum Hauptbahnhof. Hier geht's los. Musik Ma? Anem. Einstieg haben wir ja schon mal erledigt. Machen wir mal die Mitteltür auch noch auf. So, dann legen wir mal da noch die Scheibe ein, die habe ich vergessen zum Einlegen. Ich bin schlimm, ich bin ohne Scheibe losgefahren. 20 Sekunden hätten wir noch. Machen wir mal zu hier. Und legen die ganze Fahrtstecke hier los. Herzlich willkommen, wir befinden uns beim Südbahnhof und fahren jetzt los. Da haben wir rot. Müssen wir warten. Bom, 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 bom. Hinter uns haben wir einen Bus der Linie 115. Z.Grecher Airport. Das ist ja unglaublich. Ja, ohne, ja. Na klar, natürlich habe ich den gewonnen. Gestern gewonnen im Lotto. So, ne. Ich vergiss immer, ich habe hier hinten ein Leutschchen im Bus. Generalstraße. Generalstraße. Ja. Und wir kommen hier an unsere ersten Station. An. Hallo. Hallo. Wie schön es tut. Eine Kurzstrecke bitte. Eine Kurzstrecke, ne. Aber selbstverständlich aber auch. 2,20 kostet das. Und die hat es mir auch noch genau gegeben. Also passend, ne. So was findet man ganz toll und ganz leibend, ne. Schleiermacher Straße. Ja, ganz gerne, ne. Ich wollte eigentlich gerade mal schauen, wieso funktioniert mir da die automatische Weiterschaltung. Schnell, keine Ahnung. Ja, und wenn wir es schon mal gut haben, werde ich mal einen Schlickchen Kaffee nehmen, ne. Sehr vorbildlich für den Busfahrer. Und einen Haltewunsch haben wir auch. Da ist doch tatsächlich jemand eine oder zwei Stationen nur mitgefahren. Aber bitte, ne. So wird nicht schlimmer sein, ne. Hallo. Hallo, hallo. So, und da können wir auch schon wieder Fahrt, sehr schön. Also im Moment fahre ich gerne diese Busse hier, diese Hamburger Stadtbusse. Vielleicht sollte ich auch mal tatsächlich in Hamburg fahren. Messe Parken A. Bitte schön einzusteigen. Hallo. Hallö schön. Und wir haben da tatsächlich Grün. Was ist denn da los heute, haben wir heute Grüne Welle hier? Meine Damen und Herren. Ja, ich war immer scheiße hier. Messe Nord, Haupteingang. Messe Nord, Haupteingang. Messe Nord. Messe Nord, Haupteingang. Messe Nord. Messe Nord. Ich glaube, ja. Ja, Schott kudos. Ja, Linie M1 Hauptbahnhof und dann fahren wir da rüber und die 115 stellt sich links von mir hin, haben wir Verspätzung, uff, zwei Minuten schon, so wie die da herkriegt. Na meine Damen, also wirklich. Jetzt überholt mich sogar schon die 115, super. Jochmannstraße. Schön, dass mich jetzt sogar die 115 überholt hat. Na ja, Abwechslung. Vielleicht muss ich dann nicht mehr so oft stehen bleiben, meine Damen und Herren. Weil, ja genau, genau deswegen, wenn mir die Linie 115, also der Bus davor uns hier ein paar unserer oder meiner Fahrgäste wegschnappen könnte. Ausgenommen, diejenigen, die zum Abbahnhof möchten, weil dort fährt die 115 nicht hin. Oder? Die werden nur bis zum Betriebshof. Aber das, was dazwischen liegt, ne? Ja, ja. Ja, wenn der Bus fahren würde, wenn wir da auch mal vorne grün bekommen würden, wir zwei hübschen. Ja, blinken tut er auch nicht. Bin ich ja sehr schön, sehr vorbildlich, Herr Busfahrer oder Frau Busfahrer. Da steht überhaupt keiner. Ja, sehr schön. Kapfelsberger Straße. Oh, ich war immer scheiße. Ja, ich gehöre da gerade aus. Die 115 biegt mir da weg. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte. Ja, 68 kostet der ganze Spaß, bitte. Wie viel haben wir gegeben? Ja, genau, passt. Ja. 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 Ich weiß, dass ich dazu ein anderes Signal gehabt hätte, aber fahren wir mal. Ja. 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 Ich bin ja sowieso schon spät dran, wieso soll ich da noch warten, noch länger hier, ne? hier wäre es wahrscheinlich nicht so günstig, aber jetzt. Ja. 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 Na Kinderchen wollen nicht mit? Gut. Dann lassen wir Kinder stehen. Dann fahren wir einfach weiter. Einmal über die Brücke drüber, bitte. Und da haben wir auch schon unsere nächste Station hier. Mit einem Halterwunsch sogar. Bitte einzustögen. Schüttlerbeck, auch nicht schlecht. Ich vermute mal, hier geht es auch die Autobahn schon rauf. Oder irgend so ein Ding anziehen. Da vorne kommt ein Kollege, der die nächste Runde fährt. Hallo, Servus. Ja, so wie es ausschaut, ist das jetzt sozusagen wieder mal so eine der alten aufgelassenen Straßenbahntrassen. Hier in Winsenburg. Freifahrt. Abseits der Autobahn fährt. So, Fahrgastwechsel noch, bitte. Und damit, meine Damen und Herren, bedanke ich mich fürs zu sehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Beim nächsten Mal geht es hier weiter auf unserer Strecke. Hier in Winsenburg 2015. Vom Südbahnhof zum Hauptbahnhof. Auf der Linie M1. Dankeschön fürs Zuschauen. Und Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.